ja hallo erst mal jetzt gibt es auch schon mal ein käffchen ja der faule hund hat schon wieder urlaub ich habe mir gerade hier in leipzig taucher am nördlichen rand von leipzig die ehemaligen mitteldeutschen motorwehr angeguckt beziehungsweise die ruinen davon viel ist nicht mehr vorhanden ich zeige es im video das einzige was noch richtig erhalten war wo man gucken konnte war das alte trafenhaus und ansonsten sind noch die grundmauern und so vorhanden seitenrand gebäude ich habe noch nie weiter geplant weil ich jetzt noch machen wäre im urlaub ich habe anderthalb wochen habe ich jetzt noch frei und keine ahnung ich will noch nie wohin ist vor ich werde dann mal gucken was hier im im kreis an möglichen übernachtungsplätzen zu finden ist und dann wäre ich heute abend noch mal gucken wo ich mich noch hinziehe ich werde wahrscheinlich jetzt in deutschland bleiben und dann grüße nach hause wieder abend mit ich werde mich noch beinahe noch mal gucken ich konnte sagen